Okay. Wo wären wir runter? Komm, Dizzy. Ich flieg einfach hier hinterher, ja. Dizzy sagt an, komm. Äh, kann man hier markieren? Ich weiß das gar nicht. Ich glaub nicht, oder? Ich würd halt einfach die Power-Ups da hinten... Ich weiß ja nicht mal, wer wer ist von euch. Da rechts? Rechts bin ich, ja. Rechts, ah ja. Ich würd da hinten zu den Power-Ups jetzt fliegen. Okay. Boah, ich denke, dass es am sinnvollsten ist. Ich glaub gar nicht. Also auf der Map schon, aber... Du musst noch links ein bisschen. Gut. Also ihr dann ne... Nee, geht ja gar nicht. Das sind sechs Stück. Das sind sechs... Ach so, ja, wir sind zu... Ja, denn... Ach, keine Ahnung. Nimm einfach der, der das kriegt, der kriegt was und die anderen nicht. Ja, ja, alles klar. Ich shop rein. Bam! Da ist so ein Box-Handschuh, den nehmen wir jetzt. Uuuuuts. Noch mal einer. Irgendwas weiß man nicht, zweimal den gleichen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich hab hier Reifen auf jeden Fall noch einmal. Bin mir da nicht so sicher. Ich glaub, das bringt gar nichts. Chill. Boah, komm ich hier durch. Jawoll. Okay. So, Angriffe. Boah. Ich komm mal hinter euch her, jetzt hier. Ja. Jetzt seh ich die Dinger auch. Die waren vorher bei mir gar nicht zu sehen. Uuuuuh. Wir hatten die Schlucht hier hingebaut. Oh ne, hallo ne. Oh Gott, nein. Oh ne, ich einfach jetzt eher wie so ein Idiot. Ja, aber die kostet nichts. Bin da. Bin da. Das Fahrzeug sollten wir erst einsetzen, wenn wir Gegners haben. Oh, ich hab ein Ultimate. Ja, genau. Erst einsetzen, wenn wir Gegner in der sind. Okay, okay, okay. Dann wäre es dieser Monster Truck. Der Monster Truck. Genau. So, hier. Hallo. Oh Gott. Okay, das kostet keinen Fallschaden. Ohhhh. Kein Fallschaden. Zum Glück ey, sonst wäre ich nämlich schon echt game over. Da vorne ist einer, seh ich doch. Jo. Da geh mal rein. Aber da gehen wir richtig rein. Das ist gut. Rado ist durch, würde ich sagen. Ja, aber richtig. Oh, hier. Oh, da war er. Wo ist er hin? So. Oh, ich hätte Dings zünden müssen. Jetzt zünd ich, ihr kommt. Oh, du bist. Oh, der macht genau das, was Bram halt gesagt hat. Ja. Bin da. Boah, perfekt. Das würde ich mal sagen, gesandwiched ey. Der ist weg. Der hat den Dreier aber abbekommen ey. Der hat den Hass gespürt ey. Oh, hinter der Tankstelle ist noch mehr. Ja. Der klaut unsere Bock wo ist, Junge. Was war das denn für ein geiler Bones? Was? Okay. Ah, wenn dieser gelbe, die gelben Balken da unten ablaufen, dann ist er glaube ich fertig, oder? Ja. Genau. Ahja. Jetzt hören wir uns zurück, okay. Jetzt fühl ich mir wieder so schwach fühl ich mich. Es sind aber einige in der Falle. Hier links komm schon. Hier links? Ja, ich folge. Die sind oben oben. Links? Der ist noch bei der links gefahren. Der ist ganz oben drauf. Boah, der ist ja wirklich. Ja, ich bin fast hinter dir. Scheiße. Ja, die Hände mehr? Ne. Oh, dreht um, dreht um, da kommt einer. Hinter euch, ja. Ja, aber wie sollen wir den jetzt machen? Ich lass den einfach an mir vorbeifahren vielleicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich kann zur Not auch einen Handacker schmeißen und umdrehen. Und ihm voll entgehen fallen. Ich meine, wir fahren ja auch gerade richtig schön in Richtung Power ab. Ja, das ist gebrochen leider. Also der parkt hier bei mir. Boah, dann lass den parken. Scheiße, du bist alleine. Guck mal, lass den umdrehen. Ja, ich dachte, der fährt an mir vorbei, aber der will nicht. Der will unbedingt hinter mir bleiben. Das ist jetzt der Trick, wenn jeder voll rein fallert, wenn der jetzt kommt. Gala, Junge! Oh, scheiße. Fast geklappt. Das hat mal überhaupt nichts. Oh, was ist ja mit ihm da vorne? Ja, der will unbedingt kuscheln hier. Ja. Halt noch mal an. Ja, ehrlich, der steht hier mehr oder weniger. Oh, nice. Oh, Junge! Wie er geblutet hat! Ja, richtig gut. Destroy! Guck dir die Kleine an, ey. Sehr gut, da unten ist einer. Moment, wo ist... Okay, doch. Ah, ja, ja, ja. Dies hier. Ja, okay. Ja, jetzt ist es vorbei. Ich bin schon im Zerstörungsmodus. Okay, da links. Ich bin dem anderen halt einfach hinterher gefahren. Ich komme mal wieder zurück. Ja. Ich bin gleich barisch. Aber guck mal, hinter uns fahren sogar sechs Stück, ey. Mit denen sollten wir uns nicht anlegen. Nee, nee, nee. Wir sind schon auf die Einzelnen, die gehen, die... Ja. Ich vergesse, dass wir Boost habt, wa? Ja, ja. Boost habe ich noch nicht. Oh, links, links. Wir könnten auch... Ab... Ab... Ablassen. Der ist aber fast tot. Der ist tot. Okay, nice. Und das ist nicht schlecht, wenn wir jetzt Ultimate haben und die zu viert kommen da, dann machen wir es... Ja, aber ich habe... Ich habe keinen Ultimate. Hast du Ultimate? Ja, aber ich... Oh, das Verwandeln hat so lange gedauert. Dann hätte ich den bekommen. Den einen... Den mal jetzt. Hm. Ja. Da hängt mir jemand aus. Das ist so viel Schaden, ey. Das ist krass. Ich bin da, Ray. Ja. Ich verfolge dich. Okay, der ist der. Wo ist Bram jetzt? Jetzt von hinten. Ja, ich komme zu euch und baller da jetzt rein in die Jungs. Oh Gott. Ich habe den nicht getroffen, Bram. Ich war es nicht. Ja, das ist egal. Geht kein Friendly Fire. Achso, okay, cool. Scheiße, hinter mir ist noch einer. Oh, fuck. Oh, der habe ich auch zerstört. Oh, der habe ich... Ja, 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 ja. Ich komme zurück. Warte, ich fahre rechts. Oh, nein. Oh, jetzt habe ich dich. Das ist egal. Das wird ja abultimated. Jetzt. Nein, der hat auch Ultimate gezündet gerade in dem Moment, oder? Oh, shit, der ist links. Ja, demoliert. Ich habe auch Ultimate. Oh, direkt vor uns. Direkt vor uns, direkt vor uns. Oh Mann, Mann. Oh Gott, Jungs... Da kommt was? Ja, ich bin da. Wenn wir haben... Ich komme, ich komme. Der ist auch dead. Hoh, die Dings sind da. Da ist noch einer drin gewesen. Oh, die Zone kommt. Mama어. Oh, shit. Aber raus jetzt hier. Aber ab. Ja, aber die, die so'n oranges Ding überm Kopf haben, sind ja gar nicht wir. Das sind ja Gegner. Ja. Hinter euch ist noch einer mit dem Boxhammer. Ich versuche, ich komme von ganz hinten. Habe ihn, äh, nicht, 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 nicht. Hinter euch ist einer hier. Der fährt jetzt quer durch hier mit euch. Oh mein Gott! Oh, der ist dead. Der ist sowas von... Ich weiß nicht mehr, warum manche so'n oranges Ding so überm Kopf haben. Das sind wir, das sind, äh... Nee, 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 nicht alle. Nee, nee, manchen eben nicht. Gib nur noch da oben hin einen. Uuuuh, wir haben gewonnen. Ja, easy. Wir sind einfach zu gut, ey. Wir sind einfach zu gut, aber da waren auch richtig schöne Kills dabei, ey. Juuuh, Alter! Juuuh! Nice. Jetzt haben wir das eigentlich durchgespielt, oder? Wollen wir nochmal? Ja, von mir auch. Jawoll. Ja, also dann mach ich nochmal hier. Schönes Ding. Oh. The race is about to start. Was? Wer hat denn jetzt den Bentley? Hä? Geile Fahrkombi, die hier. Ach so, das waren meine Autos, Leute. Ich dachte erst... Ja, genau. Das sind deine drei Autos. Okay. Muss ich überhaupt nicht aus den Köppen kommen. Hört mal rein. Ordentlich rein. Ordentlich rein hier. Lass mich mal wieder kurz da vorbei. Dankeschön, ihr lahm Schneckis. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Möchtest du bitte nicht mehr im Weg stehen. Danke. Ray, du konntest erster sein. Das ist okay. Ja, ich hab den eigentlich versucht, die weg zu räumen. Ich hab glaube ich so seh mich. Ich glaube. Ist ein bisschen wie, äh... viel iRacing hier. Weil's so rutschig ist. Ne, iRacing ist nicht so rutschig von den Crashes her. Ach so, ja. Das halt. Ja, gut. Quer geht's auf jeden Fall gut hier. Kein Problem. Ah, ein bisschen hier noch Untergrund mitnehmen. Easy. Boah, ist der what? Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, wir wissen, das ist immer gut, wenn man mittendrin fährt. Im Pulk. Oh, man kann nicht viel falsch machen. Die nehmen wir da mit. Boah, wie die nicht alle jagen. Platz weg. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Das ist in Ordnung. Kein Problem. Ähm. Ich gefahren hier. Die Straße ist für so'n Besowski wie mich. Nein! Oh, der Honda. Oh. Ja, bei dem... Sie haben mich einfach über die... Ich hab das gesehen und ich war auch fast drüber. Ich war auch fast... Über die Bande gedrückt, Alter. Was war das, ey, für'n Asozial. Egal. Warum? Oh, Alter. Die fahren aber auch wegen dem absoluten vollbesoffen. Oh, da ist ne Rampe. Die muss man nehmen, hab ich gehört. Jo. Wo kommst du denn auf einmal her? Oh. Scheiße. Nein! 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 Oh mein Gott! Jawoll! Es war einfach voll durch die... Oh, mitten in der Kurve. Oh Gott. Bei 33% habt ihr Fahrzeugwechsel. Okay. Oh Gott, die sind so viel schneller. Oh! Wieso? Oh, jetzt geht's los mit dem Honda. Boah, jetzt... Was war ich denn jetzt für ne Schrottkarre? Von der Civic. Jetzt bin ich schneller. Achso, Windschatten. Okay. Ja, wir sind gerade 17. und 18. da vielleicht mal zweiter war und noch mal ganz kurz erster. Ja, bam! Du, scheint nicht jeden Tag die Sonne. Oh Gott, die Kurve ist toll. Machen wir, machen wir, machen wir. Oh, du bist ja genau hinter mir, nice. Oh, ich ziehe einfach mal nicht. Okay, also sobald du die Straße voll ist, wirst du so viel langsamer. Jo. Ja, ja. Du hast extrem die Kontrolle auch, wenn du vom Asphalt wegkommst. Und das Emote dazu, Alter. Bram, du Pader. Du Lümmel, Alter. Äh, was hast du gesagt, ja? Oh! Der Bumdraft. Ja, der wir beide im Windschatten einfach vorbeizieht. Der Bumdraft aus der Unterwelt. Das ist nicht geil, dass der da... Warum ist der mit dem scheiß Mercedes SUV schnell? Da würdest du mich verarschen? Ja, der ist übelst schnell bei mir. Da vorne ist auch einer da mit unterwegs. Aber die Autos sind halt irgendwo angeglichen und irgendwo auch nicht, ne? So, keine Ahnung. Ja, warum ist der DeLorean nicht der Schnellste? Nee, auch nicht. Der kann ja die Zeit manipulieren. Jo, okay. Klein. Bisschen vielleicht die Bande mitgenommen. Oh Gott, der halbe Zaun abgebaut hier. Bosenfahren ist nicht so. Beschleunigen auch nicht. Ja, wir machen das. Als Team. Das sehe ich. Alter, wenn ich mehr auf der Straße bleiben würde, wäre ich auch echt gut, glaube ich. Das hat Autorennen so an sich auf der Straße. Ja, ich weiß. Aber ich fau gerade echt wie so... Als ich so drei Promille habe, ey. Links, rechts. Selbst auf 100 Grad. Und ich habe das Gefühl... Lenkt der automatisch irgendwo hin? Nein, wirklich? Leider nicht. Ich kann halt nicht auf meinen Controller ziehen. Ich nehme das nicht an. Nein. Oh, nicht rasen. Mann, ich habe keinen Bock auf Rasen. Oh, neues Auto. Jetzt geht's los, jubel. Oh, jetzt höre ich im Bentley. Jetzt geht's ab. Oh. Jetzt habe ich wirklich die Brücke geknutscht. Okay, ja. Ich verstehe das Prinzip von dem Auto. Mit Pferd. Oh Gott. Oh Gott. Rechts ist Gas, ne? Oh Gott. Rechts ist Gas? Ach sooo. Das war... Fail. Und da ist übrigens Nitro. Hast du ja vorhin auch schon nicht benutzt. Ja. Na komm, ich kriege das jetzt auf jeden Fall noch. Das funktioniert hier nicht. Das sollte man nicht tun. Okay. Alter, ich fahre wirklich leider wie so ein bisschen auf einem Motherfucker. Oh Gott. Habt ihr recht zum Beispiel für den Babydriver gesehen? Ja. Ja. So fahre ich nicht. Okay. Ich habe jetzt gedacht, da kommt sonst was. So fahre ich nicht. Aber gar nicht, ey. Nein, ich habe nur Platz verloren. Ich gehe kurz. Ja, ich bin auch noch hinter dir. Teddy McTady, ey. Uff. Naja. naja hat sich tut er hat sich das 4000 stunden sim racing hat sich bemerkbar gemacht wird der gewohnt ja eigentlich fühlt sich jetzt krass oder jetzt fühle ich mir als 14 der raced ritter das auto gehabt ja ich hatte die man so fährt sonntag nachts ich habe borsche also und starte von 1 alter die weinten jetzt auf aber diesmal richtig jetzt weiß ich auch wie das funktioniert was ist das denn für eine dumme scheiße oh mein gott wird sie mich verkackern war ich hab auch schon optimaler was gemacht also so eine mini map wäre auch nicht schlecht in so einem spiel wo einfach anzeigen man lang fahren muss oder so ja gut hat direkt nicht an da ist wenn ihr den längstig nach vorne drückt dann lehnt sich euer mannequin nach unten für weniger luftwiderstand keine ahnung ob das was bringt aber ich glaub das jetzt aber mal das bleibt sie wo hier fällt der opel backflip 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 mach ihn oh fast doppelbackflip gemacht aber auf die schnauze gefallen also einer geht gar nicht auf die schnauze gefallen also ja glaube ich dir aber ich will grad nicht ist richtig muss jetzt mal plätze machen hier noch einer noch einer noch eine da gehen wir ein aber das muss ja schon entgeil sein so am strand mit so einem ding lang ballern was er macht was machst du was machen sagt der fliegt einfach senkrecht in die luft oh du sollst nach vorne fahren nicht nach oben ich hab's heute mit den höhen ich hab's heute mit den höhen scheiße mach nicht den sechs gänge motorrad ist wer legt da nen fels auf die straße wer legt da nen fels auf die straße wer legt da nen fels auf die straße oh ja komm der fels der war aber kacke oh in formel 1 jetzt wirds ganz wild ich hab angst oh ich bin halt im bärenbusch hängen geblieben okay so motorrad das kann ich ja nicht motorrad f1 das kann ich da bin ich froh drin das kann ich das kann ich das kann ich das kann ich da bin ich gut drin komm ein ziel am anderen hier ja das in ordnung ja das ist ein Ich verpiss dich aus meiner Welt, Junge. Danke. So, die anderen holen wir uns jetzt auch noch. Das ist viel zu schnell. Okay, das Ding hätten wir nicht berühren müssen, aber ansonsten weiß ich gar nicht. Aber ich hab vielleicht gar nicht so kacke Fahre gehabt, tatsächlich. Das Ding liegt aber auf der Straße, krass. Ja, das war kacke. Oh, was ist das denn für eine Fiese? Wir haben so einen Vorsprung. Der Move am Anfang war nicht so gut. Du meinst an einem Checkpoint vorbei zu fahren? Eher. Also, die sind so weit da vorne weg schon. Ich fahr jetzt grad drüsen niemanden lang. Aber vielleicht fahren die einfach auch noch gut. Aber es wird eigentlich ausgeschlossen. Ja. Ich hab schon mal gute 16. Ja. Ja. Auch stark direkt. Das meint einfach auch langsamer ist, muss ich auch ehrlich sagen. Der Umstieg ist aber auch krass vom Formel 1 zum Hypercar. Ja. Ich hab natürlich direkt gesehen, ob man einen Boost hat mit dem Auto. Oh, komm. Ballern! Komm, den krieg ich noch. Vielleicht. Vielleicht schell ich jetzt aber auch an meinem Ehrgeiz, den zu bekommen. Ich muss aufmerksam machen. So? Was? 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 Ich sag mir nicht. Das mach ich jetzt. Lagst du da gerade auf dem Dach? Na, verdammt. Okay. Also warst du da sehr gut. Ja, dann fährt er in die Mauer. Hier. Alter. Das war... Da hatte ich so... Oh, oh. Kriegen wir hin. Fahren wir. Retten wir. Ich hab ein Problem. Jetzt wird's wild. Ah, nicht driften. Ja, wenn du einmal durch die Steine fährst, bist du aber auch langsam. Ja, oder auch wenn du die Kurve nicht bekommst und in so eine... Ja, ich nenn's jetzt mal Light-Blankgefähr. Das sind diese gelben Absperrungen. Die bremst sich einfach gefühlt auf null. Also, Wallride ist nicht so. Die sind schon im Ziel, ey. Was ist weg? Kraft, Zeppi und Grundkiller. Ja, die sind... Die sind gut. Aber ich bin auch nicht schlecht. Bin schon wieder auf dem Podium. Geil. Das Einzige, was gilt... Ja, der vor mir hätte ich nicht gedacht, er ist noch gekommen, aber dann hat er sich entschieden, in die Mauer zu fahren. Dieses Mal, und dann ist das Schöne, deutlich, deutlich vor Dizzy. Riesiger Abstand. Hä? Wie bist du wieder an mir vorbeigekommen? Ich hab dich doch gerade überholt. Ich bin nicht mal bis zum Ende durchgekommen. Aber gar kein Problem. Allt sind 10 Tage, findest. Jetzt geht rein. Okay. Bob, los geht es. Du musst noch was sagen. Ich sag, links ist, weiß. Mal gucken. Jo, links. Ja, ist recht. Ey, Dizzy, ey. Du riechst das doch förmlich, oder? Wirklich. Nicht zu tief, sonst... Da direkt reinfliegen. Da sind schon zwei drinnen. Ja, zwei droppen hier auf dem halben Weg. Einer ist, äh, einer ist auf jeden Fall da hinten auf dem Weg. Boah, ich flieg hier voll... Oh, einer kommt. Den können wir richtig in die Zange nehmen. Boah, ich komm von hinten. Das kann nicht wahr sein. Den hab ich. Wieder auf dem Baum, Alter. Ich pass auf. Ha, guck mal, wer da hochfliegt. Yeeeey! Jawoll! Jungs, 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 wir sollten weg. Wir sollten weg. Wir müssen weg hier. Ja, ja, ja. Hier ist richtig viel los. Hier ist gerade richtig Zucht in der Stute. Einer ist dead. Einer ist dead neben dir. Ja, ich hab... Ich glaube, ich zünd gleich hier ist unimitiertes Fahrzeug, weil es uns überlebe ich das hier wahrscheinlich nicht mehr. Irgendwas ist hier gerade rund. Mut, was hast du da runter? Ja, das ist hier rausfahren. Ich bin einfach mal ganz kurz weggefahren. Richtung, äh, Nord-Ost... Nordwesten. Ich hab außer Seen einen getötet auf dem Weg. Es tut mir leid. Nicht. So, ab durch den... Kommt man hier durch den guten Wald? Kann er hinfahren? Nee, oder? Doch, man kann hier durch den dichten Busch fahren. Das ist so OP. Ich hab nur den nächsten Gefühl. Gut, so läuft das wieder. So, solange ich das Ding noch hab, nutze ich das raus. Aber die Power-Ups gelten wirklich für uns alle, ne? Ja. Oh, Ray, Alter! Das war so gut, Mann! Das war richtig gut. Alter, wie viel ich jetzt schon zerstört hab? Was ist los? Ich fahr hier auch noch Leuten hinterher. Der nächste tot. Das hört gar nicht mehr auf im Monster Truck, weil ich schon so viele kaputt gemacht hab. Das war voll die gute Idee, das zu zerstört, ey. Ich komm zu dir. Ja, hab auch noch einen weg. Ah, du hast den? Ja, ja. Geradeaus durch. Noch mehr damage durch. Oh. Vielleicht? Lol, habt ihr reich? Ich bin auf dem Weg. Versteckt sich hinter den Bäumen, das ist ja nicht cool. Deswegen komm ich da nicht ran. So, ich kann mal wieder zu euch gefahren. Jetzt ruhig nicht. Oh, fast. Ich sammle noch ein paar. Verdammt. Hihihihi. Ja, ich hab jetzt auch noch mal ein Power-Dings. Ich sammle auch mal, wenn ich grad grad welche sind. Fieber selber sammeln wie den Gegnern. So. Dingens. Ich wollte irgendwas rein... Nein, also ob das Ding im... Nein, also ob das Ding im... Das ist ja mal fies, aber ich krieg's trotzdem. Okay, du bist grad'n bisschen... Komm mal, ich komm zu dir. Das sieht mir gefährlich aus. Habe ich. Habe ich, ist dead. Nice. Nice, sehr gut. Da vorne sind wir bei diesem Rundkurse oder was das ist. Ja. Wir sollten vielleicht mal zu Bram fahren. Guck mal ein Schild? Ja, bitteschön. Alles gut. Alles gut. Ich sammle die ganze Zeit hier. Und neuer Schaden für uns. Alter, wir sind halt bei 17 Schaden, jura. Ja, ist echt so. Wir müssen die nur angucken, sind sie zu gut. Cool. Ich sammle weiter. Ich komm zu dir, Ray. Ja, wir fahren leider. Ich glaub, ich verliere den jetzt gerade den Truck gleich. Ja, egal. Ich hab meinen noch. Ne, jetzt ist meine auch weg. Ha? So ein bisschen noch Repair? Weil ich glaub ich sammeln muss. Ja, nice. Schild wär nicht schlecht, weil du noch irgendwo eins findest. Oh. Ja, gerade seh ich nicht so viel. Hinter uns. Oh. Ja, ich weiß, aber ich kann grad nicht. Ist shrinking, das heißt jetzt, da kommt der nächste Schwall an Dings von uns, wa? Oh shit, ich hab vier Leute hinter mir, Alter. Warte, warte, Ray, bleib so, bleib so, bleib so. Nein! Oh shit, du hast dich ein bisschen beiseite geschoben. Nein, 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 nein. Oh, sorry Ray, sorry war meiner. Ja, alles gut, das ist gut. Ich bin selber ein bisschen verkackt. Bisschen falsch kontrolliert. Ja, gut. Der ist der, den du hattest, Brands? Den hab ich gekillt. Da ist Reds. Ja, hallo, Alain Shit. Ja, das hat so gut angefangen. Ich will mal gucken, wie viele Kills ich gemacht hab. Das ist ein unzähliges Sein. Oh, hier vorne ist noch Heilung. Hast du gedacht, ne? Hast du gedacht, ne? Hast du gedacht, ne? Oh shit. Oh shit. Dynamite ist auch richtig stark unterwegs hier bei unserem Team. Der zündet auch gut. Nice, Bram. Boah, nice. Ja, Bram macht jetzt im Late Game alle Putsch, sehr gut. Ich hab Ultimate. Ja, ich auch. Vor allem, das Ding bleibt ewig, wenn du die ganze Zeit den Kill ziehen willst. Jawohl, Bram. Nice, richtig schön, ey. Nicht da rein. Irgendwo versteckt sich hier noch einer an der Seite. TMP, Fragezeichen? Ja. Ja, ist glaub ich... Ey, der eine, der nicht ult hat, oder? Ja, der, der kein Ult hat, der ist... Wir haben eine richtig geile Runde, ey. Das war eine richtig geile Runde. Ich hab am Anfang gefühlt alle auseinandergenommen. Guck mal, wie viele Kills wir gemacht haben. Guckt euch das mal an. 7, 4, 6... Crew Ranking 2? What? Wie? Ne. Hä, wir sind nur 2 da. Wir haben das doch gewonnen, dachte ich. Alter, wir haben 17 Kills gemacht, Freunde. Ah, jetzt kommen wir. Beste Crew, das sind wir. Oh. Also, mir tut das Gesicht weh vom Lachen. Und das ist meistens ein gutes Zeichen. Das hat richtig Spaß gemacht. Sag ich, wie es ist. Der Modus ist einfach... Also, sag ich ganz ehrlich, da könnte ich mich abends hinsetzen. Mit den Freunden. Und das eine Runde knattern, Junge. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ehrlich. Also, The Crew... Ich hab, wie gesagt, bevor wir das heute im Stream gespielt haben, hab ich 2 Stunden den Singleplayer-Modus gespielt. Also, ich sag mal, Fahrphysik technisch, ne? Also, Fahrphysik, wenn man das jetzt so sagen kann, äh, ist jetzt nicht irgendwie was super krasses, äh, Neues, Innovatives da drinnen. Also, es ist halt ein Arcade-Racer und, äh, der hat sehr viel Spaß gemacht. Was ich aber wirklich gestehen muss, ist, The Crew hat Playlists. Und ich bin heute die Japan-Playlist gefahren. Und die war geschichtlich. Also, das ist nicht nur so ein, so ein, so ein hohles Geschwafel mit, ey, du bist jetzt hier der krasseste Racer und so. Das ist auch drinnen, was man so kennt. Aber da sind auch sehr viele schöne, geschichtliche Sachen drinnen, was mich komplett abgeholt hat. Und, ähm, es gab, äh, in einer bestimmten Tuner-Playlist, wo dir halt Tune etc. pp. erklärt wurde, ähm, konnte man, oder lernt man ein, ähm, ein Tuner aus, äh, aus Japan kennen. Und, äh, da wird so ein bisschen seine Geschichte erzählt und auch mit so seinen, seinen, seinen Sachen, also, wo das alles herkam, wie das alles entstanden ist und lauter solche Dinge. Und ich finde das total toll, äh, dass das da mit drin ist, dass man nicht einfach nur so stumpf losfährt und seine Sachen freischaltet, dass man, sondern auch noch sowas mit dabei hat in, in dem Spiel. Also, bin ich ganz ehrlich, finde ich super und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss aber dazu sagen, ich werde bezahlt, ich hab aber keine Auflagen, also ich könnte halt auch sonst was sagen, also ich, ne, äh, mir hat's wirklich gefallen. Es lief gut, also ich hatte am Anfang ein, zwei Lags bei der Intro-Szene, das war's, ansonsten läuft's flüssig. Äh, ich hab alles auf Stani gelassen, also ich hab das Game Bros. angemacht und hab's dann, äh, losgezockt und es hat wirklich Spaß gemacht. Gleich wie es ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht an der Stelle. Dankeschön an Ubisoft, äh, für die Möglichkeit an der Stelle. Und wenn ihr jetzt Lust habt, euch das noch, äh, anzugucken, könnt ihr gerne The Crew in den Chat eingeben. Da ist noch ein Link und dann könnt ihr alles Weitere über The Crew rausfinden. Und dann würde ich nämlich meinen Stream für heute beenden und mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.